Der Brabus EV12S. Im Oktober 2007 war er in der Autobild SportsCars. Der Titel damals, Erfolgsgeschichte. Bei 350 kmh abgeregelt. Das steht da wirklich. Bei 350 abgeregelt. Gut, mit 730 PS und 1100 Newtonmetern bei 2100 Umdrehungen. Da geht auch ein bisschen was. Oder auch ein bisschen mehr. Je nachdem, was gefordert ist. Fett, das ist wohl das passende Wort zum Brabus EV12. Beim Beschleunigen besteht immer die Gefahr, dass der Fahrer das Bewusstsein verliert, weil ihm das Blut aus dem Kopf gezogen wird. 365.249 Euro hat er vor vier Jahren gekostet. Auch wow. Bis zum nächsten Mal.